. . Grüezi. Willkommen bei «Mete am Mittag» an dem Mittwoch, 17. Januar 2050. Im Moment ist es noch recht angenehm auf dem Dach, aber es ändert sich gleich. Morgen erleben wir den schwersten Kälteeinbruch seit Jahrzehnten und zwar haben wir im Moment ein Kältehoch Thomas über Skandinavien gefüllt mit sibirischer Kaltluft und die Kaltluft macht sich auf den Weg zu uns und zwar ist der Grund das kleine Tief Claudia über Spanien, das verstärkt sich jetzt nämlich in den nächsten Stunden, zieht langsam etwas auf uns zu und das gibt ein Druckquelle und das pumpt jetzt die eiskalte Luft von Norden genau bis an die Schweiz. Darum morgen dann wirklich ein richtiger Wintertag, es ist von Anfang an stark bewölkt und nass, es schneit und regnet, die Schneevollgrenze ist im Norden am Anfang noch bei etwa 800 Meter, aber dann sinkt die Schneevollgrenze von Osten her immer mehr ins Flachland ab, spätestens am Nachmittag gibt es auch in der Westschweiz ein paar Flocken, wobei dort mangenmässig nicht viel passiert und generell beruhigt sich dann das Wetter im Laufe des Tages und auf einen Abend reissen die Wolken von Norden her mehr und mehr auf. Es reisst morgen Abend auf, der Wind wird schwächer und das sind ideale Bedingungen für besonders tiefe Temperaturen. Wir bekommen wirklich extrem tiefe Wert. In der Deutschschweiz erwarten wir minus 17 bis minus 20 Grad. Ein bisschen weniger kalt wird es am Genfersee und im Rohnental und Dessin ist mehr oder weniger geschützt von dieser kalten Luft. Die extrem tiefen Temperaturen werden Schäden verursachen an landwirtschaftlichen Kulturen, zum Beispiel an den Feigenplantagen, die in den letzten Jahren doch immer verbreiteter aufkommen sind. Weil die Feige ist zwar grundsätzlich winterfest, aber ab etwa minus 15 Grad stirbt die Pflanze. Ein wenig positiv kann auswirken, wenn man sehr eine alte Feige hat. Die ist etwas frostbeständiger und die meisten Feigenplantagen sind relativ jung. Lagen an Seen, Hanglagen sind etwas geschützter und eine feine Schneeschicht dient als Isolation. Und so haben wir dann doch unterschiedliche Schadenstufe, die wir erwarten. Ganz schlecht sieht es aus für das St. Galler Rheital-Herrschaft und das Baselbiet. Da werden wir wohl einen Totalschaden in den Feigenkulturen haben. Ein bisschen besser sieht es aus im Seeland. Da könnte es zum Teil klappen. Und wohl glimpflicherweise kommt Lavaux und das Rohnental. Immer wenn es wieder mal kalt wird, kommen wir Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wo ist jetzt der Klimawandel, wo ist jetzt die Erwärmung? Und da werden eben zwei Sachen gemischt, Wetter und Klima. Dieser Kälteeinbruch, das ist Wetter. Man kann Wetter vergleichen wie mit der momentanen Laune einer Person, die hin und her schwanken kann. Das Klima dagegen ist der Charakter einer Person. Es ist eher ein Aufbrausender oder eher ein Ruhiger. Und der Charakter ändert sich auch noch langsam im Leben, während die Laune weiterhin sprunghaft bleibt. Und dass es wirklich so ist, dass es wärmer wurde, sehen wir zum Beispiel, wenn wir schauen, wie viel Anzahl Eistage pro Jahr gibt. Das ist ein Tag, wo die Temperatur unter 0 Grad bleibt. Und da sehen wir auf dieser Grafik, dass in der Mitte des letzten Jahrhunderts es im Durchschnitt pro Winter etwa 25 Tage der Eistage gibt, dass die Temperatur unter 0 Grad geblieben ist. Und dann sind die Tage immer seltener geworden. Und in den letzten zehn Jahren haben wir gerade einmal noch sechs von diesen Eistagen im Schnitt. Oder, wenn wir jetzt gerade von Feigen sprechen, in wie vielen Jahren sind die Temperaturen unter minus 16 Grad gegangen und hätten also diese Feigen geschädigt. Und man sieht, Mitte des letzten Jahrhunderts noch sehr häufig. Darum hat man dann auch noch keine Feigen abpflanzt. Und jetzt zum letzten Mal im 2028. Aber nicht nur wir Meteorologen stellen das fest. Man merkt es auch in der Natur aus. In den letzten Jahren hatten wir zum Beispiel immer mehr Gletscherschwunde. Gletscher sind zum Teil ganz verschwunden. Permafrost-Staut. Oder auch die Skigebiete merken das. Wir haben immer häufiger in tieferen Lage schneearme Winter, damit auch die Schneekanonen so gar nicht einmal mehr gehen, weil es zu warm ist. Aber es hat natürlich auch positive Auswirkungen. Gerade zum Beispiel eben die Rebenen. Die Anbaugrenze ist jetzt nach oben gegangen. Und je tieferen Lage kann man mehr Sorten anpflanzen. Aber es hat natürlich auch wieder den Nachteil, dass auch mehr wärmeliebende, invasive Arten jetzt in die Schweiz kommen. Also es ist so naturpassig an und halt nicht immer zugunsten von uns Menschen. So, jetzt aber wieder zurück zum Wetter. Auch das erwärmt sich jetzt doch wieder der Freitag noch selber. Der ist kalt mit Hochnebel im Norden, maximal minus 10 Grad bereits am Samstag, aber kommt dann eine Warmfront. Die bringt zum ersten Mal noch Schnee und dann auf ein Sonntag Tauwetter. Und vom Sonntag an weg haben wir dann wieder das typische Winterwetter mit Regen bis etwa 1500 Meter und etwa 5 Grad am Nachmittag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen! As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heatwaves, droughts. We need to minimize these negative impacts and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new robust global climate change agreement. And we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities and regions. Then we can arrive at a stable climate-neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you. crafting Yes You 知 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.